2. Kapitel Herzeloide Herzeloide von Cano Valleys war allein. Ihr Mann Kastis war vor kurzem verstorben. Nun war sie nicht nur stolze Chefin eines Jazzclubs, sondern auch Besitzerin der Plattenfirmen Valleys in Orgals. Kieber, ihr Geschäftsführer, betonte immer wieder, dass es einen neuen Mann bräuchte, um das Unternehmen in Schwung zu halten. Mit dieser Idee im Hinterkopf ging man daran, ein grosses Musikfestival zu organisieren. So würde man sicherlich den geeigneten finden. Das Preisgericht würde aus allen Teilnehmern bestehen und der Vorsitzende wäre der ehrwürdige Professor Gurnemans von Graharz. Als sich nun das Pfingstwochenende näherte, strömte eine grosse Menge Musiker mit ihrem Gefolge nach Cano Valleys. Darunter sah man Gagier von der Normandie, Hardis aus der Gaskogne, Lot von Norwege, Morhold der Irre, Schiolartz von Pituve, Ute Pandragon der Brite, Brandelidelin aus Punturtois, Keilet von Hispanien, um nur die wichtigsten zu nennen. Klarerweise dürfte auch Lehelin, der Impressarion-Superagent, nicht fehlen. Er war voll davon überzeugt, dass er das Festival gewinnen würde und somit auch der neue Chef der Plattenfirmen von Cano Valleys sein werde. Das Publikum lief in Scharen hellbei, um das Mega-Ereignis nicht zu verpassen. Von überall her vernahm man den Klang über der Solisten, die sich in Form brachten. Das Publikum lief in Scharen hellben. Das Publikum lief in Scharen hellben. Musik 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 Für Herr Zelloyde war es schwierig zu diesem Zeitpunkt, sich schon für einen Künstler zu entscheiden. Es erwies sich fast unmöglich, alles im Blick zu halten. Aber plötzlich hörte sie unerwarteter Weise einige betörende Töne. Sie hatte keine Ahnung, wer der Trompeter war. Aus diesem Grunde sandte sie Kieberg, den Geschäftsführer. Er sollte der Sache auf den Grund gehen. Bei seiner Rückkehr informierte er sie, dass es sich um einen gewissen Gachmuret handelt, ein Jazzmusiker aus Anschuwe. Er wird aber leider nicht am Festival auftreten, da ihm sein Väter Kailet die Nachricht vom Tode seines Bruders Galois überbracht hatte. Nun ist er in tiefer Trauer und hat keine Lust zu spielen. Diese Nachricht änderte überhaupt nicht die Meinung von Herr Zelloyde. Sie war überzeugt, dass Gachmuret das Festival gewinnen müsse, obwohl er gar nicht daran teilnahm. So etwas nennen wir Liebe auf den ersten Blick. Um die Sache völlig klarzustellen, schlich sie später nach zu Gachmuret und schlief ihm bei. Am letzten Tag des Festivals kam das Preisgericht wie vereinbart zusammen, um den Gewinner zu küren. Obwohl das ja nur noch der Form halber geschah. Der Gewinner war klarerweise Gachmuret, trotz einiger kleinlicher Beanstandungen. Selbst der Grund, den Lehelin vorbrachte, dass Gachmuret ja schon mit einer anderen verheiratet sei und ausserdem mit der noch ein Kind hätte. Oder die Klage der Sängerin am Vliese, dass er ihr seit frühester Jugend versprochen sei, fruchtete nichts. Noch am selben Tag wurde die Hochzeit gefeiert. Gachmuret war nun Mann Herr Zelloydes und Mitbesitzer des Jazzclubs und der beiden Plattenfirmen. Gachmuret